so jetzt ist jetzt gerade 21 uhr 45 ich habe aber doch noch ein bisschen mario kart zu spielen ich will einfach noch ein bisschen weiter nach oben kommen bisher war der stream beziehungsweise der tag im mario kart nicht so entspannt deshalb haben wir ein bisschen fortnet gespielt aber ihr seht ich habe jetzt das goldene kart die goldenen reifen den goldenen kleider und auch den goldenen mario alles erspielt wie ihr das ganze bekommen könnt eigentlich ziemlich simpel ihr müsst halt die 150er rennen auf gold gewinnen die 200er gespiegelt überall halt gold pokal holen ihr müsst nicht drei sterben sammeln sondern einfach nur gold pokal holen dann die zeit rennen gegen nintendo selbst halt gewinnen da habe ich bei zwei rennen leichte probleme gehabt aber ging eigentlich doch recht simpel und natürlich das schwierigste ist glaube ich der kleider mit 10.000 münzen insgesamt einsammeln in den rennen aber wenn ihr genug fahrt wird das auch von alleine kommen so wer bock hat ein bisschen mitzufahren einfach bei twitch vorbeischauen namens kart 86 das ganze ist aber noch mal in der video beschreibung verlinkt und in dem sinne würde ich sagen sehen wir uns eventuell gleich schon im live schieben und haut rein